hallo und da sind wir wieder mit konan exiles und wir sind die selina und der die waren hallo hallo okay ich wollte eigentlich unser also schatzi das haus muss auf jeden fall vergrößern könntest du bitte hier die eine wand das beispiel einreißen und so das problem ist ich krieg die foundations nicht weiter ins inland gezogen ja ich kann jetzt hier wo wir jetzt stehen hier kannst du die foundations nicht reinziehen okay und aufs wasser aufs wasser ja das würde gehen bitte mach doch bei uns doch aufs wasser oder willst du das da unten lassen und hier oben alles dann weiter bauen so dass wir da unten einfach nur unsere betten drinnen haben und uns eigentlich hier weiter oben ausbauen ich würde so sagen wir bauen uns einfach hier oben aber wir brauchen noch säulen damit die decke dann ihr schnitt wird von unten sonst ich glaube das kann sogar einbrechen was wie okay cool also nicht cool aber also ich finde es geil gemacht also ich habe es noch nicht ausprobiert aber ja das problem ist stein ja muss ich jetzt auch fahren gehen weil für das was ich holen möchte brauche ich auch sehr sehr viel stein du nimmst den kleinen stein da ich ne der geht nicht sind nur die wunderschönen glänzen aber ich bin sowieso schon fast überladen das heißt ich werde auf jeden fall mal ein bisschen rein skillen hast du gesehen unter j kannst du bestimmte errungenschaften erreichen reise wie weicht man aus ich habe jetzt mit leertaste und zur seite springen versucht aber war das nicht sogar mit leertaste annehmen mit alt wird alt auf alt okay halt drauf wusste ausweichen ja 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 ich sehr gut auf der kink ist gut einen schweren finisher mit einer waffe ausführen okay wie mache ich das eine hause schaffen richtung angriff blocken angriff blocken war ja jetzt nicht ich bin überladen wir können später kämpfen du kannst dich anstellen ich werde dann auf dich zukommen ich habe irgendwas gehört aber das was wahrscheinlich du hast dir irgendwie wehgetan oder so eingebrochen ich habe ja rechts unten steht ja immer noch bei mir da wie ich angreife und alles weißt du das wollte ich 540 was stein ja schon viel stein nein brauche ich müssen aufpassen hier nebenan ist ein feuer weißt du was ich schmeiß mal ganz kurz ganz gut ja das stein raus und bringen alles weg was ich habe und kommen wieder hotel zu sagen bleibt das stein in der gegen bin ich ja oder wieso was ist los mädel ist komisch wieso ist sie komisch ich packe jetzt einfach alles hier in die kiste rein alles weg alles weg braucht man alles nicht brauchen alles nicht wir brauchen nur stein stein ist die wahrheit stein ist unsere passion kann der krokodil kopf eigentlich ablaufen weiß ich nicht ich habe keine ahnung ehrlich bin genauso neuland mäßig auf dem dampfer wie du also sieht nicht so aus also es läuft keine zeit und so 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 okay was haben wir wir sind halt eigentlich gleich ruck zuck wieder überladen aber das ist alles kein problem brauchen holz oh gott das ist ein problem schon wieder du willst du es ist noch was ich glaube du kannst sogar auch die Tiere kleben hier in dem spiel okay so kann sie wirklich nur mit der axt zerlegen okay du bist überlastet das ist nicht schlimm das ist so ist im richtigen leben auch so ich schlau kopf they see me rollen ich wollte nur ein bisschen sachen wegpacken kann man das eigentlich machen ja man könnte es machen ist das denn gut ja es ist es ist klar jetzt so für uns ist das aber für sie lecker schmecker spaßentdecker ich meine man nimmt was man hat ne also ich distanziere mich da auch von ihr nochmal ein kleiner hinweis wir testen das spiel erstmal nur an und wenn es euch gefällt und ihr mehr davon sehen wollt den like button vergewaltigen oder einen kommentar schreiben also lasst es uns wissen ich bin halt auch am überlegen ob let's play oder live stream weil dann könnte man halt während so wunderschönen langen bauphasen könnte man sich halt nur mit euch noch unterhalten lasst doch die zuschauer entscheiden ja deswegen sag ich ja könnt ihr ja gerne dann in die kommentare schreiben ob ihr das gerne als let's play oder lieber als live stream hättet zwecks live stream würden wir sogar so machen dass wir es dann auf twitch und auf youtube machen das heißt der liebe tiwan würde dann auf twitch zu sehen sein schatz auf beiden wird nicht funktionieren wie öfter noch doch das wird funktionieren ach leider funktioniert das nicht wir haben keine zwölf mit upload dann machen halt die qualität schlechter äh hallo ach tschuldigung ging jetzt an die lady sie hatte nicht nur rüstung sie hatte nicht nur rüstung oh was hast du denn hier eine gaskugel alter schwede da mussten viele leute reinpupsen wie es aussieht die ist reichlich gefüllt darf ich dir einen stein klauen nein ich baue jetzt mit dem was warte was willst du bauen das haus erst mal wieder zu ach so nee es bleibt ein bisschen stein übrig warte ich packe dir ja ich weiß nicht wie ich splitten kann hat doch hier aber nochmal aufteilen naja nicht genug platz okay na egal warte ich mache und dann kannst du machen okay es bleibt denke ich mal was übrig ach so du hast hier schon wieder ja so sobald es fertig ist schmeiße ich dir den Rest einfach in die Kiste naja mach mal äh hier in die Tierkiste habe ich es jetzt mal geschmissen oder schmeiße ich so hab ich ja bummi siehst du es eigentlich ja ich hab ne siehst du was ich versuche zu bauen nein ach se kannst du die Ecke hier oben freilassen oder ach hau zu eigentlich nicht okay jetzt ja den wollte ich auch noch bauen ja jetzt brauchst du nicht mehr bauen jetzt hab ich ihn gebaut das ist jetzt ganz schlecht Schatz ach wieso ist das ganz schlecht weil ich hier die Treppe nach oben hin machen wollte von innen ach so ja jetzt den hier hinten aber der passt da perfekt rein ja lass uns stehen wir bauen das Haus doch sowieso noch aus oder ja ich kriege da aber keine Decke drauf wieso nicht weil ich keine Decke drauf bauen kann überm Wasser oder was ich kann hier über den Ofen keine Decke bauen ach so äh so jetzt brauche ich wieder noch einmal kann ich nur eins bauen dann komm nein 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 lass den stehen macht mich wahnsinnig ja ja ich bin diejenige die hier alle waren so nicht macht ich baue das nämlich jetzt an Nost dann baue doch hier ne Decke hin erst mal ich kann ihn auch hier hin bauen so dass du vielleicht mich erst einmal machen lässt dann ich weiß was ich kann ihn sowieso jederzeit versetzen also macke wie du willst wieso baut er da jetzt nicht hin hallo ich macke wie ich will so spielt man zusammen so spielt man zusammen liebe Kinder ich mache was ich will er macht was er will und am Ende kommt ein kleines wunderschönes Kind dabei rum was Latsi ja ich möchte hier irgendwie die Treppe hinbauen mach doch auch nicht dann müssen wir sie so hinbauen da muss man halt so hoch gehen ach ok durch kriechen kann ich jetzt müssen zwei hier frei bleiben mit normalen durchgegangen ok na gut ähm Fundamente 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 Stell mal Fundamente her Fundamente Fundamente Okay Okay äh so wir schmelzen mal das erste die ersten Eisenbarren laufen das ist doch wundervoll bäh ah ok zwei Erz zwei Erz sind immer ein Eisen wie es aussieht du bist eine Stufe aufgestiegen vielleicht hätte ich die auch noch ein bisschen aber ähm bist du auch aufgestiegen nein ja Zufall ähm so wir gucken mal was wir noch so schönes bauen können wir fallen einfach so die Steine vom Himmel äh ok Hyänen nein nein B-Bag ist wahrscheinlich ein Bug wieso kann ich kein Krokodil Kopf machen was für ein Präpatsch ja wow ich kann nicht mehr sprechen das ist ok bin ja doof das ist ok oh man hat hier so eine oh ok ehrlich wir sind hier und hier ist zum Beispiel oh oh guck mal was ist das das sieht aus wie so eine kleine Burg hier war das Sponspunkt die schlechte Straße du weißt dass es hier eine Karte gibt wo man alles sehen kann oder es ist nur ein richtiges Lavagebiet alter Schwede ja so was müssen wir hier noch machen äh hier Kapitel 2 einen schweren Finisher du hast mit deiner Waffe experimentiert wie sie sich in deinen Händen anfühlt wenn du sie führst wie der Rhythmus des Kampfes sich im Wechselspiel zwischen Gewicht und Gegengewicht zeigt es gibt einen leichten Rhythmus der dem Gegner nur geringen den kenne ich okay äh den Gegner nur geringen Schaden zufügen ihn aber aus dem Gleichgewicht bringt und es gibt den schweren brutalen Rhythmus ja das ist meiner äh der gnadenlos auf den Feind einschlägt ihm schwere Wunden zufüge und den Kampf schnell beendet deine Augen weiten sich als du erkennst dass die Rhythmen gleich sind und du nach Belieben zwischen ihnen wechseln kannst um deinen ganz persönlichen Stil zu entwickeln du musst das ausprobieren und eine Reihe rhythmischer Hiebe mit einem brutalen schweren Finisher abschließen kombiniere leichte Angriffe und schwere Angriffe zu einem Kombo die mit einem schweren Finisher enden ähm easy so okay also das sind die leichten Angriffe und das ist dann eine schwere äh easy okay äh gut Angriffe blocken werde ich niemals machen weil ich das äh äh ja wie geht das mit den Eingriffblocken äh platziere Fundamente und Mauern um eine Basis zu bauen äh schätze ich muss auch was bauen naja mach doch ja das sagst du jetzt so einfach du hast meine ganzen Steine jetzt muss ich Steine farm gehen äh doch ich hab ja alle meine Steine in die Kiste gelegt ja dann geh Steine farm ähm so ausweifel blocken äh äh der geh links nee der geh links nein steige links der geh links ich bin du äh 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 freundchen ich würde dir doch nie ich würde dir niemals widersprechen das ist doch nichts wie ich jetzt schon sehe dass ich beim Schneiden dann feststelle dass jedes mal wenn ich mit dem äh äh Kopf so zurückgegangen bin man einfach so total richtig krass mein äh äh Doppelkinn gesehen hat und ich mir dann immer denke so das solltest du nicht mehr machen so ich will mal gucken ob ich neue Attribute dann alles habe perfekt so ach ne die konnte man ja nicht wegmachen ne doch da kam sogar Eisen raus da haben wir auch wieder ein bisschen äh äh schatzi was hast du eigentlich hast du bei der Reise auch die gleichen Sachen wie ich nee hast du nicht weil sonst hätte ich ja keine bauen Dings äh alles gut ich höre selbstgespräche okay ich weiß jetzt nicht was du meinst ähm ich meine dass ich äh hier ein Zuhause schaffen habe und das hätte ich nicht wenn ähm ja so okay ich gehe jetzt mal gleich das Fundament bauen so auf geht's ähm also wie es aussieht muss die Reise jeder für sich selber machen ich habe mich vielleicht ein bisschen verlaufen Moment da ist der Stein genau 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 da ist das Camp und da ist unser Häuschen kannst du das echt nicht schade das wäre cool gewesen ich weiß nicht ob man es später vielleicht machen kann alles abbauen so haben wir noch hier Sachen für ja wir haben Knochen die Aloe Vera Samen die werden glaube ich später interessant da können wir uns denke ich mal Tränke draus machen ähm Reichszähne ja Menschen vielleicht ich meine ganz ehrlich man kann es ja mal liegen lassen das wird sowieso vergammelt der Krokodilkopf ja da läuft halt keine 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 Zeit äh nein das behalten wir das das gekochte das das dauert halt lange ne okay äh das Eisen lege ich auch mal für Tiwan in die Kiste das kann er dann später ich denke mal nächste Folge ähm kann er das dann mal einschmelzen äh so das Wildfleisch wir braten das gleich dann ist es gebraten okay was ich schön finde ist hier dass das Lagerfeuer von alleine ausgeht also man verbraucht also verschwendet nichts so okay wir haben ein paar Steine und oh er hat hier das Fundament zugebaut ich baue mal hier links und rechts einfach mal äh äh baue ich links und rechts Sandsteinmauer ist das glaube ich mit das was er baut mit das was er baut hm hm ich deutsch gut sprechen werde ich nicht betrunken so wir stellen mal nee wir stellen mal zwei Stück her und ein Fundament Sandsteindecke äh genau Bauobjekte was ist das Sandsteinfundament genau das brauchen wir ja auch okay wir haben jetzt von allem etwas äh ich versuche mal mein Glück äh Privatsphäre ist mir sehr wichtig deswegen ähm auch die Tür tada so äh so dann haben wir hier so Außenseite okay sehr schön das habe ich doch ähm ich bin stolz auf mich selber okay das reicht aber noch nicht nee das reicht noch nicht not enough wir brauchen mehr ähm oh wir haben haben wir hier wir haben kein einziges kein einziges Fenster fällt mir gerade mal so nebenbei auf äh so ich weiß nicht die Sandsteinsäulen die sollten wir vielleicht auch so in die Mitte machen damit uns das Ganze nicht äh untergeht oh wir haben schon kein Holz mehr okay äh die 6 könnte das mal ja so das hier doch das 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 so und dann ja das müsste alles zusammenhalten okay also so eine Decke wollte ich noch ich ja das ist jetzt halt eben die Sache da steht ein Zuhause schaffen ja toll äh das stand aber glaube ich nicht dabei wie viel Zuhause ich schaffen soll wisst du was ich meine äh so J Fundament und Mauern um eine Basis zu bauen du kannst Gebäude äh platzieren indem du sie auf Hotbar verschiebst und dann ausfällst natürlich musst du sie vorher erst herstellen das steht aber nicht wie viele ich davon herstelle das ist natürlich jetzt knifflig aber wir holen mal noch ein bisschen was und bauen mal noch ein bisschen was und äh ja also ich glaube es wird ein äh ähm etwas längeres Let's Test also es werden ein paar mehr folgen mal gucken ich denke mal das äh die die im Wasser die kann ich jetzt auch abbauen weil alles was ich ich hab schon rausgefunden alles was so glänzt die Steine die kann man aber wobei die eine Sandsteinform konnte man auch ach ja wenn ich ein bisschen komisch da sitze äh Timon hat's ja schon erwähnt ich hab ein bisschen Rückenschmerzen äh und ich hab's ja dann auch erwähnt ähm ich kann mich nicht mehr so gut bewegen äh ja so so okay was ich gut finde ist dass man wirklich die Auswahl hat äh äh jedes Mal wenn ich hier drauf der kriege ich gehe drücken dann erstmal ihre Möpschen die Möpschen nein das ist eigentlich so süß babam einen Vorteil erhalten gut welchen Vorteil habe ich jetzt ich habe keine Ahnung aber ich habe einen Vorteil so ich äh wollte hier wir machen nochmal Sandfundament fünf Stück ich glaube wir brauchen nur noch vier eins zwei ne drei sogar nur nur drei ähm das heißt wir machen drei Stück eins zwei drei ich weiß nämlich echt nicht wie viel wir brauchen eins zwei zwei und dann machen wir Dächer ja drei Stück gib ihm so hab ich echt nur drei Stück ah mehr konnte ich nicht herstellen okay so wir machen jetzt erstmal den Boden so so ach sehr schön ist schon ist schon passiert ähm sehr geil dann haben wir einen Angriff blocken ach ich weiß halt immer noch nicht wie ich Angriffe blocke ne das ist halt ist das blocken ich ähm habe da so eine äh äh Verdacht dass wir das hier machen müssen und dann ein einfaches Holzschild herstellen müssen um dann zu blocken ich bin mir aber nicht sicher also falls ihr jetzt schreit so von wegen hahaha nein ich kann es noch nicht hören ich kann es mir aber gerne in die Kommentare schreiben und dann ähm wenn ich Zeit habe lese ich es nein ich werde es lesen also ganz ehrlich ich lese gerne Kommentare das ist so 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 ein ähm äh einer der schönen Sachen äh Time wie viel Zeit äh wir haben noch drei Minuten ja okay ähm ja ich würde mich jetzt schon mal verabschieden wenn es okay ist okay shit okay alles klar ich wünsche euch noch ein bisschen Spaß und ja bis zur nächsten Folge ciao ciao ja bis zur nächsten Folge tschüss so äh wir machen aber noch das Schild und versuchen nochmal zu blocken und äh ja ansonsten unser Häuschen nimmt ja Form an und ich will jetzt auch ohne äh Tivan nicht so viel machen oh Werkbank eines Rüstungsmachers Werkbank eines Rüstungsmachers machen wir wohl als nächstes aber das ist dann dann besprechen wir mit Tivan ähm er hat ja auch noch so seine Vorstellung ah ok nein das ist kein Blocken wieso blockst du nicht wieso blockst du nicht hier links ok alles klar alles klar alles klar wir haben es wir haben es ähm aber wir sollten vielleicht das Schwert rauspacken das wäre glaube ich cooler ähm da ist auch schon einer hallo äh ich wollte was hä ähm fuck ich hab doch ich hab doch geblockt ich habe geblockt ich schwöre ich hab geblockt äh ich blute dafür brauche ich wahrscheinlich einen Verband ich hab doch geblockt ich hab doch ne ich hatte das Ding in der Hand und hab das gemacht wieso hat's nicht funktioniert hm 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 das ist seltsam das ist seltsam ähm hier ist ja denke ich mal automatisch speichern äh wobei ich bin Spawnpunkte aktualisiert gut ok äh oh Eisenkopffeile sehr schön aber äh ich würde sagen cool mit V kann ich mich selber sehen hm hm gut es ist dunkel aber wir können es ja so machen ah hihihi ok das ist doch mal ne Verabschiedung oder ja vielen dank fürs zuschauen und dann bis zur nächsten Folge bye 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 gleich und da